Prozent Möschlo Für mich immer groß, weißt du? Christian auch und Philipp und alles und bei mir auch Gib dir überhaupt gar nichts Ne, doch nicht, findet nicht statt Gib mir die Augen Na, heim Na, Philipp Verlörst die größte Misswaffe schon wieder Hier ist der große Lars Hinten liegt ne M4, glaube ich Ne, ist ja noch schlimmer M4 ist noch schlimmer, ne Doch, ne Ne, hier liegt auch nur M16 Und noch mehr von der anderen Und hier die A15, die ich hab Ah, hier liegt ein Farmers Oh, wo? Hier bei dem gelben Häuschen Mein ich nicht mehr Wer die nimmt, stirbt Da hinten ist der große Lars Und hinter dir, Rosa Lars ist verliebt Kurze Kurz kratzen Lars wurde weggehaut durch irgendjemanden für die Richtung Ne, nicht durch mich Es war nicht ich Es war eine Ich hab' ne Ich hab' ne Normale Sniper Ich hab' ne Konfirme und ich habe noch umführt. Ich guck mal in die Richtung und sie Lars vor dir umfallen. Ja, ist richtig. Ich stand da halt dumm gerade. Ah, ich sehe da hinten. Ja, wo? Was ist denn hier rum? Ich lebe noch. Ja, ich hab... ...hast sogar einen Schuss mit dem Kronen geschossen. Was? Ich glaube, du hast auch Lars geschossen. Ich hab auch... Ich war nicht mal in der Nähe! Flo war bei mir hinten. Ich glaube, die beiden sind es irgendwie. Schöne ich auf mich. Na, ich hab auch Angst, dass du es noch sein könntest. Das ist Flo. Guck mal, wie die uns einkesseln hier. Na, was sollen wir machen? So, hier, nehmt das. Flo? Ja. Christian, 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 Christian. Hast du den weggemacht? Nein, der schießt auf mich. Flo! Gehst du bitte weg? Ich lade gerade nach. Danke. Philipp, lebst du noch? Oh, nein. Warum... ...macht du die Misswaffe nischt? Philipp, lebst du noch oder... Danke, Flo? Gar kein Problem. Ich hab den Teleporter benutzt, da kam ich gleich hinter dich. Ja, das war angenehm. Das heißt also, Philipp ist tot, ja? Taktisch sehr gut gemacht, muss ich sagen gerade. Der Kurze hat mich fast gehabt, ich hatte eine Nahkampfwaffe und dann weg-teleportiert und hab dir dann geholfen. Der Kurze ist da hinten. Der Kurze ist da hinten. Der Kurze hat er mal getroffen, bin mir nicht sicher. Ich drücke Q und es passiert nichts. Wüsste nicht von wo. Ah, das war auch eine gute Runde. Philipp ist bei mir, Bisl of Herr B. Innozen, Philipp ist bei mir! Philipp ist bei mir, Bisl-Geor., Bisl of Herrn. Innozen! Will uns noch jemand was hoch? Nene, Nene... Ok, oder was... und lagen und das ist ja ein es ist ja das ablauf weil ich nicht mehr verletzt werden die selbe leitung da hinten war die Lüge und umdrehen christian Lars Lars er hat kurz ab ja ja alles getoppt wer ist das hier ankommen zu können das selber mit dem Arbeiten Ich hab keine Schrotflinte, was erzählst du? Wenn ich jetzt... Philipp, Philipp, Philipp! Fress! Lars! Lars! Seht ihr ihn? Hallo? Hallo? Ja, ich hab grad Probleme mit Philipp, ich halt ihn grad ein bisschen zurück. Ich dachte, Philipp ist tot. Noch nicht. Leider nicht. Er ist nämlich Traitor. Ich... Ich weiß genau, wo du bist, du... Lars! Jetzt stirb! Hast du ihn? Hey, du stirbst, Christian. Christian, dir ist keiner mit dem Rücken fallen. Hier ist hinten bei mir. Dass der einfach nicht umfällt. Ich weiß... Wer er kennt mich? Ich hab Lars zwei oder dreimal genau drauf angeschossen, aber das Schlimme ist, dass die Bäume, die scheinen alle quadratisch zu sein, aber die Textur ist nicht quadratisch. Warum schießen mich in letzter Zeit alle meine Traitor-Kollegen am Ende? Weil du es verdient hast. Bitte schützen, Schuhe wirst du. Ich glaub, Christian ist verdächtig, Christian hat das Licht angemacht. Ich glaub, Christian hat das Licht angemacht. Das ist, deswegen, wir sind auch schon zurecht weggeknallt. Ne, zurecht schon mal nicht, wir haben alle das Licht an. Ich hab ich meinst auch an, wie fängt das an? Ist meinst an? Ich hab L gedrückt, wie das passiert? Wow, 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 wow. Welcher von den beiden? Ich glaub, Decker airport hat angefangen. Nein. Ich will die vierte Mal oder sie sich? Oder ist es so? Wenn das Licht an ist, ist man Traitor, als hab ich den Kurzen erschossen. Oh, ist das jetzt nicht dein *** ernst? Oh, wie dürfen Menschen sein? Er hat gesagt, wenn man das Licht an macht. Wir hatten alle das Licht an! Alle! Nein, aber der Kurze hat's doch alles gemacht. Nur dachte ich, der Kurze ist traitor. Ich bin Flo, wenn du mich jetzt erschießt. Ja, hi Flo. Wer ist denn hinter dir? Keine Ahnung. Christian. Christian. Christian hat den Kurzen getötet. Christian tötet auch mich! Nein. Gut gemacht. Ich sag gleich, wie der am Anfang schießen muss. War einfach. War einfach nur abgestaubelt gerade. Ich hab einfach Flo einen Schuss. Ja, die waren beide fast tot. Der Kurze rennt direkt auf mich zu. Underschön. Ich hab alle Waffen aufgehoben, außer die, die ihn an möchten. Oh nein, das ist die dumme Waffe. Okay, Traitor. Wenn der groß Lars afk ist, tut, was ihr braucht. Naja. Aha, Flo, aha. Schluss ist ein Zeichen. Wo ist denn Lars? Da. Lars wurde gerade weggeschleudert. Ich hab's gesehen. Ich steh direkt neben dir. Oh, hi. Nein. Das muss Philipp gewesen sein, was? Das war's doch auch. Oh. Warum machst du sowas? Ich weiß hier doch eh nischt. Wann kommt denn er wieder? 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 Darf ich ihm Headshot geben? Nein. Ich will auch aber keine Zeit machen. Derjenige, der ihn tötet, ist Traitor. Hm. Wenn man... Ich glaube, Flo ist es mit. Ich bin sowieso am Ende, weil ich weiß, keine Zeit, keine Zeit noch mal. Das ist ja eh. Bei so einen Mengen traut man sich nicht einfach auf irgendwen zu schießen, wo man denkt, der ist es. Aus dem einfachen Grund, da schießen alle an auf mich. Ja, ne? Wer? Ich meine, wer geht denn bitteschön auf Karls Innocent, ja? Der ist bekannt. Wenn man dringend muss, dann geht man halt. Nein. Natürlich. Er hat geklingelt. Das Haus brennt. Hm, was machen wir jetzt? Der jetzt hat an der Haustür geklingelt. Ich hab's gehört. War ein Beispiel. Lass mal draußen warten. Wer hält's hier? Ich bin das, geh weg. Oh, bleib mal nicht so weit weg. Na doch. Ja, dann schlipperst du uns weg und wir senken wir tun das und töten uns gegenseitig. So gut kann ich nicht schlippern, solange ihr euch bewegt. Wuiiii. Deswegen ist meine Waffe auch grad ein bisschen. Naja. Irgendwie ist es grad voll still. Ja. Ich hab mir gedacht, äh, Christa will den weg machen. Sag so aus, ne? Hm. So, so, so. Wuuu. Pfff. Genau. Traum zugehend. Ich weiß nicht. Talala. Hey, wenn ich den Netz umlege, dann wird dieser bestimmt sofort auch umgelegt, oder? Weil ich jetzt Völter da... Ah. Wollte ich dir jetzt zum Finger, was? Wollen wir jetzt mal den Traitor? Wollen wir jetzt den Traitor mal einfacher machen? Wollen wir jetzt den Traitor mal einfacher machen? Lass uns wenigstens identifizieren? Nope. Wir identifizieren eure Leifing. Komm, wir gehen jetzt auseinander und dann machen wir jetzt den Traitor einfacher als aufm Haufen zocken. Dann ist es kein Sinus. Ja, oder was? Machen wir es dir einfacher. Ja, 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 ja. Flo, komm zurück. Ich will dich mit denen alleine, Lars. Äh, Flo. Wo ist Christian jetzt hin? Wer rennt da hier weg? Ich bin auch direkt hinter dir. Ich bin immer noch da. Ah, Philipp rennt weg. Warum rennt Philipp weg? Ja, ich... Los, wenn der noch drei Leute. Darf ich jetzt bitte Lars wegmachen? Nein. Ich sehe, dass er Traitor ist und macht uns alle weg. Wahrscheinlich. Ja, weil du auf die anderen ziehst und stehen bleibst. Bist du dumm? Damit war mir... Für mich ist die verboten, dass du ein Traitor bist. Ey, hör auf auf mich! Geh weg! Ey, du bist dumm! Für mich warst du jetzt Traitor, weil du stillgestanden hast und auf die anderen gezielt hast bitte auch. Aus der Entfernung. Liebst du wirklich jetzt abschießen? Kurzer? Ja, ich war gerade noch hinter dir irgendwo. Ich hab' auf den Kopf gezielt. Wo hast du nicht tot? Der guckst du so. Der ist ja plötzlich dahin gerannt, als die Schüsse kamen. Naja, weil ich schloss es. Dann kriegst du hin, wo ich schloss es ja. Ja, Flo, jetzt renn' davon nah weg, wo die Leute kommen nicht. Naja, weil jetzt hab ich die vermute, dass... Aber er hat hier eine Bombe geplantet und will, dass wir hier... Ich hab' mich schon wieder geschossen. Ich werd' beschossen. Christian. Das ist richtig. Das ist Christian. Wer ist das? Ja, aber warum sollst du jetzt... Christian, ich bin 100% innocent. Na, weil Flo auf Hilltop geschossen hat. Du brauchst halt mal hier aktive Deckung. Ja. Na, wenn ich jetzt so weg mache, dann bin ich doch sowieso, äh... Na komm, Christian. Mist, Kerl! Ähm, ähm... Ja, weil du auf mich schießt, weil ich schon fast tot bin wegen dir! Ja. Warum wohl? Hi. Hallo. Christian. Achso, Lars ist tot, weil er aufs Kahl gegangen ist. Bei uns ist gerade eine Meldung. Was ist er denn? Achso. Weiß das jemand? Traitor! Hahaha! Dann ist glaube ich... Flo ist tot. Warst du das? Warst du das? Nein, ich war's nicht! Ich bin noch hier! Ich war's nicht! Hör auf! Es muss dann der Kurze sein! Nein, das ist der Kurze! Na, der Flo... Der ist da hinten! Ich hab ihn gesehen! Der ist da ganz hinten! Hinten links! Er redet auch nicht mehr! Er redet auch nicht mehr! Von wo? Wurzeln? Wurzeln? da ist hier hinten ganz außen weil ich bin da immer so dass ich nicht daneben daneben ich hatte diese mit diese farben machen mich total ich sehe überhaupt nicht fern auf entfernung philip ja super negi leck da geht doch Christian Lars dir habe ich am meisten vertraut du warst der einzige der nicht von denen auf mich geschossen hat sofort und nach